So, hey, mein Name ist Fabian und ich freue mich wirklich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Heute gibt es tatsächlich mal ein ganz spezielles, kurzes Video, denn es geht heute um Bitcoin. Bitcoin hat tatsächlich die 10.000 Dollar Marke erreicht. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wenn wir mal ganz kurz refreshen, der Krypto-Ticker zeigt mir an 10.107 Dollar. Bei CoinMarketCap sehe ich 96, ist aber auch nicht schlimm, 93. Wir haben heute 3% Profit gemacht und das schmeckt ganz gut, würde ich auf jeden Fall sagen. 10.000 Dollar, also eine fünfstellige Zahl, ist für den Krypto-Kurs oder für den Bitcoin-Kurs auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer, die eigentlich so schnell mal nicht erreicht wurde. Also ich glaube, wir waren jetzt sechs Monate unter 10.000 und jetzt endlich wieder drüber. Und ich glaube, von 10.000 auf 20.000 ist der Schritt tatsächlich nicht mehr so groß. Also vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, ja klar, der Schritt ist schon ziemlich riesig und ganz ehrlich gesagt 200 Milliarden Dollar MarketCap, was wir hier fast drauf rechnen müssen, dass die 20k erreicht werden. Klingt zwar erstmal relativ viel, aber man muss dazu sagen, dass das Volumen deutlich kleiner ist und man mit deutlich weniger Volumen hier Preisveränderungen herbeiführen kann. Also das bedeutet nicht, dass hier 200 Milliarden jetzt in den Markt gepumpt werden müssen, damit Bitcoin sich verdoppelt, sondern da reichen vielleicht auch schon 50 Milliarden oder vielleicht auch noch weniger. Das ist tatsächlich immer vom Momentum tatsächlich abhängig. Also man sieht es ja auch bei Bitcoin-SB, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Bitcoin-SB pumpt meistens ein paar Prozente und dann steigen Leute aus FOMO drauf auf und ballern da ihr Hab und Gut rein gefühlt. Also wir haben hier extreme Spikes gesehen, die könnt ihr mir nicht erzählen, dass an diesen Tagen hier, wo so extreme Gains passiert sind, dass da Leute nicht gesehen haben, oh, heute ist Bitcoin-SB 20% nach oben gegangen, ich baller mal noch was rein, vielleicht geht es ja noch weiter nach oben. Also die FOMO treibt die Leute teilweise in den Markt und so ist es dann dementsprechend. Viel mehr Kaufdruck als Verkaufsdruck bedeutet halt einfach, der Preis geht nach oben und da muss, wie gesagt, dann nicht 200 Milliarden in den Markt kommen. Es kommt nur aufs Momentum. Ich kann dieses Wort nicht sagen. Ist völlig egal. dementsprechend, also es ist nicht immer alles von den Dollarbeträgen abhängig, das muss ich dazu sagen. Also ich sehe persönlich, wenn wir einen kleineren Bullrun erleben, eine relativ große Menge an FOMO, die hier wieder im Markt herrschen wird. Es kann sein, dass 2020 ein eher ähnliches, ja ganz genau, ähnliches Jahr wird wie 2017. Könnte aber auch genauso nicht sein. Das ist halt immer eine Sache, die kann niemand sagen, der keine Zeitmaschine hat. Ich habe persönlich keine und hätte ich eine, dann wäre ich jetzt schon extrem reich, dann wäre ich wahrscheinlich der reichste Mann der Welt, tatsächlich. Denn wenn ich wüsste, ja, Bitcoin geht 2030 auf eine Million, dann hätte ich schon im Jahre 2011 Bitcoins gekauft oder so. Also man muss das immer so sehen. Niemand hat eine Glaskugel, niemand kann die in die Zukunft schauen. Und ja, es gibt genug Leute, die sowas behaupten. Ja, sie könnten in die Zeit schauen. Oder in die Zukunft schauen. Das ist schwachsinnig. Das funktioniert nicht und eigentlich auch ganz gut, dass es nicht funktioniert. Ja, also, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich finde es auf jeden Fall mega, mega cool. Ich bin auch gespannt, was beim Halving passiert. Dementsprechend, was ja in drei Monaten stattfindet. Ich glaube, ab heute 92 Tage bis zum Bitcoin-Halving wird dementsprechend, ich glaube, Mitte Mai passieren, am 12. glaube ich. Also es ist alles natürlich nicht ein Stein gemeißelt. Das kommt auf die Blöcke an. Jede 210.000 Blöcke, also beim Block 630.000 wird das Halving stattfinden, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also das sind jetzt noch einige Blöcke, muss man natürlich dazu sagen. Deswegen lassen sich Zeiten immer nur schätzen. Aber es sieht ganz gut aus. Sagen wir es einfach mal so. Es sieht ganz gut aus. Ja, also dementsprechend ist das Video jetzt vorbei. Vier Minuten reichen auch heute. Ich habe noch ein anderes Video schon hochgeladen. Das kommt dann entweder, ja, morgen wahrscheinlich. Dementsprechend ist es ja, wie gesagt, schon hochgeladen und komplett inaktuell möchte ich es auch nicht mehr halten. Obwohl ich, ja, ziemlich selten über den Kurs rede. Muss ich natürlich dazu sagen. Ich bin auch am überlegen, ob ich den Krypto-Ticker, der da oben immer durchläuft, eigentlich weg mache. Denn klar, dieser Krypto-Ticker ist eigentlich eine ganz coole Sache. Aber es ist einfach so, dass diese Videos nicht immer am gleichen Tag erscheinen und deswegen die Kurse gar nicht aktuell sind. Ja, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Es wurde sich ja auch mal gewünscht, dass ich den Code vom Krypto-Ticker da oben veröffentliche. Das werde ich eventuell auch mal machen. Und eine kleine Sache möchte ich noch so am Rande erzählen, da wir jetzt sowieso schon im Redeflow sind. Ich bin jetzt gewechselt von Krypto-Voucher als Krypto-Börse, wo ich immer gekauft habe. Oder als Plattform, wo ich immer gekauft habe. Bin ich jetzt geswitcht zu Coinbase? Wollte ich euch einfach nur mal mitteilen, weil ich dachte, ich bin ja mal ein bisschen transparenter. Es gibt ja auch die Möglichkeit, bei Coinbase, also bei coinbase.com.earn, sich ein paar Kryptos dazu zu verdienen, indem man so ein paar Videos guckt und so ein paar Fragen beantwortet. Das machen Coins teilweise für Promo-Zwecke, ganz gerne. Das gab es ja auch schon mit Stellalumen auf blockchain.com. Und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Und das war unter anderem auch ein Grund, warum ich zu Coinbase gewechselt bin. Und ein anderer Grund ist auch dementsprechend, dass man auf Coinbase so automatisierte Kaufanfragen machen kann. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also quasi einmal aufladen und dann kann ich dann quasi jeden Tag für 2, 3 Euro Bitcoin kaufen, wie ich eben Bock habe oder wie auch immer. Also ich finde sowas cool, wenn man jetzt einen Cost-Average-Effekt erreichen möchte. So regelmäßige Sparpläne sind vielleicht ganz gut. Wichtig ist aber immer, auch die CoinSwift zu drauen, also sich auf seine Wallet auszahlen zu lassen. Das verstehen viele Leute nicht. Außerdem glaube ich auch, bis der nächste Bullrun anfängt, muss sich was in diesem ganzen Kryptospace ändern. Ich sehe natürlich, dass momentan sich Leute dafür interessieren. Aber so down the rabbit hole sind die wenigsten, also so richtig deep in diesem Thema drin. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil ich bin da richtig drin in diesem Thema schon seit mehreren Jahren und ich interessiere mich so hart für dieses Thema. Aber es ist so frustrierend zu sehen, wenn man den Leuten einfach Vorteile nennt von irgendeiner Kryptowährung. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, Bitcoin ist ein anonymes Geldsystem, was von niemandem kontrolliert wird, dann denken die so, ah ja, der will da eh nur Geld damit verdienen, das ist doch eh nur Spekulation. Und sowas hasse ich. Sowas finde ich so schlimm, weil man einfach merkt, dass diese Leute keine Ahnung haben, von was sie reden. Sie reden von irgendwas, von Bitcoin zum Beispiel, und kennen sich damit nicht aus. Sie haben vielleicht irgendwo mal einen Galileo-Beitrag oder so gesehen. Bitcoin, da gab es ja auch schon zwei, drei Stück, und da wird Bitcoin auch teilweise als Spekulationsobjekt dargestellt. Und so ist es halt einfach nicht. Bitcoin ist eine eigenständige Währung und das werden spätestens die Leute erfahren, wenn es eine Finanzkrise gibt. Davon bin ich überzeugt. Es geht gar nicht um diesen Wert. Ich sage nicht, dass bei einer Finanzkrise der Wert steigt, aber eine Sache ist sicher, bei einer Finanzkrise wird der Euro-Wert fallen, also der Wert vom Euro, nicht der Bitcoin-Wert im Vergleich zum Euro, sondern der Euro wird weniger wert. Es wird vielleicht Inflation geben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir einfach ein Asset brauchen oder eine Währung brauchen, die nicht mit irgendwas anderes korreliert und dementsprechend anonym, dezentral und nicht kontrollierbar ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, das war es, das Wort zum Sonntag. Tatsächlich ist auch heute mal Sonntag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao.